hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen part von subnautica so ich habe mich jetzt hier ein bisschen fit gemacht auf screen ein bisschen was gegessen ein bisschen was getrunken noch ein bisschen ressourcen gesammelt und jetzt bauen wir uns eine schubkanone jetzt schauen wir mal ganz kurz was wir dafür gebraucht haben einen erweiterten kabelsatz das heißt wir brauchen einmal silber müssen wir auf jeden fall bald sammeln einmal das und die zwei gold ich komme echt ans ende von meinem gold ich glaube ich spinn darf ich das doch noch miterleben wahnsinn was war das letzte wahrscheinlich titan oder klar jetzt anders sein soll so perfekt schaut er anders aus mal ganz kurz hierher ich mal ganz kurz auf den zweier slot ich glaubte es ein bisschen kleiner geworden kann das sein glaubte es etwas kleiner geworden ich bin mir nicht sicher naja jetzt haben wir auf jeden fall das heißt wir könnten uns jetzt rein hypothetisch auf die suche nach krachtpulver machen weil das ist das was wir immer noch brauchen und ich habe ehrlich gesagt noch kein wow kommt mir die grad total angepisst entgegen folgst du mich ich habe noch keine knallviecher gesehen wie kann das sein die waren doch früher überall die sind echt mangelware geworden oder oder bild ich mehr sein knallfisch können wir jetzt hier unten schon sind dann kann man hier ein bisschen aber ernten bietet sich auf jeden fall an auch wenn wir das meiste schon abgeändert haben aber so ein knallfisch wie schon was habt ihr knallfisch gesehen nicht gut ich will selber weiter suchen ha komm schon ha ha mehr wollte ich gar nicht mehr wollte ich gar nicht nehmen wir uns das hier noch mit und das hier mit dem meer sauerstoff ist das mittlerweile auch ganz nice eigentlich komm weil du dich gerade so anbietest nehmen wir dich auch noch mit und weil was so lustig ist was inventar voll really tatsache gut dein glück so dann zurück zur base schauen wir mal ob der stalker schon wieder irgendwelche schweinereien mit meiner andock bucht macht böser 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 stalker lass meine andock bucht in ruhe böser stalker ok lass mich in ruhe böser stalker so und jetzt haben wir auf jeden fall hier knallpulpe das haben wir ja gebraucht für das schweißgerät was brauchen wir noch am 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 schweißgerät magnesium ich glaub magnesium war salz oder bilde ich mir das ein magnesium 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 drei salz vorkommen ok aber erst einmal die taschen leer machen ich glaub ich hab jetzt ein bisschen zu viel titan dabei macht aber gar nichts wir werden es auf jeden fall wir werden es auf jeden fall benötigen guck mal das titan mal jetzt ganz kurz hierher in den schrank können wir noch das zeug rein klatschen das krachpulver auch dann können wir uns hier noch ein wasser machen und eins dann auch gleich noch trinken ja und schon wird das inventar auf jeden fall voll gut salz sollte jetzt nicht das problem sein oder ja das dachte ich mir doch schon eins zwei kommt schon eins noch ich glaub eins haben wir hätten wir sogar in der base wenn es ist aber wir reden jetzt hier von salz das kann doch jetzt nicht so selten sein oder silber und kupfer und salz perfekt mehr wollten wir gar nicht so zurück zur base ich hoffe der stalker rammelt mein meine andock bucht nicht schon wieder so somit sollten wir uns doch Magnesium hier stellen können Magnesium läuft gut und somit sollten wir jetzt doch dann auch das hier titan und das krachpulver krachpulver titan und schon haben wir das schweißgerät als allererstes gehen wir dann hoch in die rettungskapsel reparieren dort hier tun wir jetzt noch das zeug rein ok jetzt haben wir auch wieder ein silber dazu gekriegt sehr schön apropos was brauche ich denn für den strahlenanzug zweimal blei und zweimal fasergeflecht fasergeflecht war glaube ich ranken oder fasergeflecht synthetische faser wo ist es denn plastbahn emuliert das ok das geht wahrscheinlich nicht weil ich noch nichts weggekattet habe so jetzt sollten wir doch fasergeflecht 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 und gleich nochmal fasergeflecht ich glaube dann haben wir eh schon alles was wir brauchen oder fahra babam und zweimal blei blei sollte jetzt auch drin sein somit können wir uns dann den strahlenschutzanzug gönnen gönnen ja haben wir schon mal einen strahlenschutzanzug und genau das habe ich ja komplett vergessen dieses mal zweimal silikon gummi haben wir noch silikon gummi hier auf jeden fall nicht nö nö haben wir für silikon gummi gebraucht die püschel oder ja zwei püschel ok die können wir wegschmeißen alles klar gut dann holen wir uns schnell püschel vier vier an der zahl wenn ich das jetzt noch richtig im kopf habe ich hoffe dass sie vier ja kriegen wir direkt rein perfekt perfekt leute perfekt dann können wir das nämlich auch gleich herstellen weil dann haben wir endlich flossen weil die haben wir durchaus ein bisschen vernachlässigt darum bin ich auch so verdammt langsam macht jetzt auch tatsächlich sinn so erstmal silikon gummi die batterien sind auch schon wieder fast voll und dann flossen so flossen perfekt ja und ich bin auch schneller nice leute da hätten wir auch direkt salz gehabt nice leute nice 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 ok so könnten wir jetzt theoretisch auch noch pimpen hm könnten wir will ich aber eigentlich nicht so was haben wir jetzt noch im hier hier haben wir jetzt eigentlich nichts mehr gut dann gehen wir erstmal klassisch hoch zur rettungskapsel flicken da was wir flicken können und ja komm schon schaust dir halt nicht so an durch zauberhand richtet sich hier alles und und haben wir jetzt haben wir alles muss ich noch irgendwas und jetzt können wir uns mal wieder nö können wir nicht keine kommunikation für uns doch eine neue nachricht und ich sag das ist eine lüge da kommt kein da kommt kein rettungsteam so aber ansonsten haben wir eigentlich alles repariert rumpf integriert ok sekundärsysteme online gravitationsanker online flucht kapsel was rumpf integriert ok das kenne alle notfallfrequenzen schaut doch wieder ganz schick unser dingens hier aus oder raucht auch nicht mehr perfekt leute gut dann haben wir das schon mal geflickt dann könnten wir uns eigentlich schön allmählich richtung richtung aurora auf den weg machen ok die können wir übernehmen die können wir übernehmen die tun wir zum laden jetzt haben wir natürlich einige batterien aufgebraucht ist die frage machen wir uns noch eine oder nicht was haben wir jetzt im inventory wir haben jetzt haben was zu beißen das machen wir uns jetzt auch hier direkt wir essen jetzt auch schnell was trinken wir noch was und dann sagen wir einfach mal just for fun und dann ist unser inventory glaube ich eh soweit leer dann können wir mal kurz zu aurora cruisen dort flicken was zu flicken ist so mal ganz kurz orientieren das ist auf jeden fall die falsche richtung das ist die richtige richtung ja dann cruisen wir ganz kurz zur aurora flicken das leck hoffen dass jetzt hier kein reaper auftaucht aber ich denke jetzt mal nicht ich hoffe mal nicht die viecher gehen mir schon ein bisschen auf den sack vor allem ich bin jetzt momentan halt noch extrem machtlos gegen sie ich bin eigentlich momentan noch so ziemlich gegen alles machtlos aber das geflickte leck wäre auf jeden fall wäre auf jeden fall eine idee ich habe mich gerade selbst überfahren unglaublich das muss man erstmal hinkriegen ja super hat sich rentiert was da war jetzt mehr drin als ich gedacht habe ich höre auf jeden fall keine reaper und das ist schon mal das ist ein gutes zeichen auf jeden fall das finde ich persönlich ganz nice okay signal die kennen wir mittlerweile die sie okay ich bin tot 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 ich bin sowas von tot ich hasse die reaper jagt ihr mich noch ich will mich nicht umdrehen wo kam dieser kack reaper her fick dich reaper gut bevor wir da hingehen müssen wir uns das energie ding uns erstmal bauen damit wir ein bisschen verteidigung haben damit glaube ich hätten wir ihn zumindest vertreiben können trecks reaper okay mit denen haben sie es jetzt echt übertrieben das war das war ja früher ganz angenehm dass man sie suchen konnte wenn man sie sehen wollte aber sie gegen einen nicht permanent auf den sack scheiß reaper und dann auch noch so hinterfotzig ohne irgendeine ankündigung weil normalerweise geben sie irgendwelche geräusche von sich aber der kommt so klammheimlich hinter einher grummel so was haben wir jetzt hier für signale secret cave okay und his signature aha gut so moment was brauchen wir für die modifizierung station die habe ich doch schon bauen können oder nicht ja zweimal titan ein glas und zwei computer chips jetzt sagt mir bitte dass ich noch genug silber habe ja habe ich so dann holen wir uns direkt zwei pilzchen beziehungsweise vier pilzchen ich glaube die schlafen lasst euch nicht stören jungs und es gibt ja die neuen lustigen torpedos die man craften kann aus ihrem pupu die könnten wir uns dann mal gönnen so damit können wir uns dann schon mal die ersten die zwei computer chips herstellen auch ich bin doch echten holzkopf leute gut aber jetzt und nochmal schön pupu machen immer wieder lustig aber jetzt kann ich auf jeden fall noch den zweiten computer chip herstellen titan und ein glas alles klar jetzt hier direkt ein titan dann nehmen wir uns hier direkt mal was für glas und dann können wir uns das ding dahin craften und zwar direkt hierher perfekt okay da brauchen wir einen erweiterten kabelsatz dafür brauchen wir auf jeden fall silber okay was haben wir noch torpedosystem irgendwie kommt es mir mehr als sonst vor ah da genau das sind diese neuen gast torpedos die wollen wir auf jeden fall ausprobieren da bin ich gespannt vielleicht kann man damit auch einen leviathan reaper auf den sack geben bin mir nicht sicher aber wäre eine geile idee scheiß reaper jetzt cruisen die echt bei der aurora wieder rum hey ich krieg's kotzen so was wollten wir wir fangen jetzt auf jeden fall mit dem mit dem energiesystem an wir brauchen einen erweiterten kabelsatz das war computer chip und gold ich weiß nicht ob ich noch gold habe kein gold mehr doch ich hab noch gold ich hab mir mal hier so mehr solche pilze mitnehmen aber ich finde es ist halt so sinnlos die schränke damit voll zu machen vor allem das ist jetzt nicht so weit ich weiß wir haben den weg jetzt schon 15 mal gemacht aber es ist eigentlich nicht so weit so ein computer chip und dann erweitert den kabelsatz so und dann einmal das hier perfekt nicht ganz so perfekt wobei spielt keine rolle ich wollte es eh mal reparieren so somit haben wir das ding jetzt wenigstens mal repariert und zwar wollten wir das ding hier reinsetzen ja ist okay so dann haben wir das schon mal dann würde ich fast sagen wenn wir auf reaper jagd gehen hauen wir uns fast das solargerät rein weil dann kann ich ihn strom schlagen oder schocken und mich immer wieder aufladen wenn es wäre weil für für energiezellen austausch muss ich halt doch raus und die torpedosysteme würde ich mitnehmen das vorratsmodul können wir uns erstmal schenken das nehmen wir ein andermal mit torpedo und solargerät das würde ich fast noch reinpacken das würde fast Sinn machen so meine Freunde aber nicht mehr heute ich hoffe ihr hattet euren Spaß bewertet das Video schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal würde mich mega mäßig freuen vielen Dank fürs zugucken wir sehen uns bald wieder bis dahin ciao